Willkommen bei Better Board Games, dem Kanal, auf dem sich alles um die besten Brettspiele dreht. Ich bin Thomas und heute erkläre ich euch die Spielregeln zu D.Crew. Reist gemeinsam zum neunten Planeten. D.Crew ist ein kooperatives Stichspiel für drei bis fünf Spiele ab zehn Jahren, kommt auch mit einer speziellen Zweispieler-Variante in der Box. Autor ist Thomas Singh und erschienen ist das Ganze beim Kosmos Verlag. In dem Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Astronauten, die in ihrem Raumschiff an den Rand unseres Sonnensystems fliegen, um eben besagten neun Planeten aufzuspüren und zu untersuchen. Denn nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist da wohl irgendwas draußen am Rand unseres Sonnensystems. Wir können es aber von der Erde aus nicht genau beobachten und deswegen muss da mal einer hinfliegen und nach dem Rechten sehen. Um euch das Spiel zu erklären, habe ich mal drei meiner Freunde eingeladen, den Neil, den Buzz und den Michael. Die haben für ihre nächsten Trainingseinheit noch ein bisschen Zeit und haben sich jetzt in den NASA-Pausenraum zurückgezogen, um noch ein paar Partien in die Crew zu zocken. Im Endeffekt haben sie hier alles schon aufgebaut. Was sie brauchen, sind einmal die 40 Spielkarten. Das sind Karten mit den Zahlenwerten 1 bis 9 in vier verschiedenen Farben. Also wir haben hier Blau, Rosa, Gelb und Grün. Und dann gibt es da noch vier Trumpfkarten. Diese Raketen, die gehen von 1 bis 4. Auch hier ist einmal vorhanden. Macht insgesamt 40 verschiedene Spielkarten. Die werden gemischt und erstmal bereitgelegt. Dann brauchen sie die Auftragskarten. Da steht also drin, was sie auf ihrer Mission erledigen müssen. Das sind nur 36 Karten, denn das sind eigentlich im Endeffekt nur kleine Versionen dieser Spielkarten. Aber die Trümpfe kommen hier drin nicht vor. Die werden also auch einmal gemischt und bereitgelegt. Dann braucht man noch die Auftragsplättchen, das Notsignalplättchen, die Erinnerungskarten. Das sind alles die gleichen. Die kann man also ungemischt einfach auf den Tisch legen. Den Kommandantenmarker und natürlich das Logbuch. Da finden wir nämlich dann die ganzen Missionen, die wir erledigen müssen. Jeder Spieler bekommt dann ein Punktplättchen. Das brauchen sie zur Kommunikation im Weltraum. Danach werden erstmal die Spielkarten unter den Spielern verteilt. Das heißt, jeder bekommt so viele Karten, bis der Stapel aufgebraucht ist. Und wenn alle Karten verteilt sind, dann nimmt jeder Spieler seine Handkarten auf die Hand. Das darf sie natürlich auch den anderen nicht zeigen. Wichtig ist auch, die sind nicht unbedingt immer gleich verteilt. Also bei drei Spielern können 40 Karten natürlich nicht gleichmäßig aufgeteilt werden. Deswegen hat dann ein Spieler eine Karte mehr. Das passt aber. Und dann wird noch bestimmt, wer der Kommandant ist, also der Startspieler. Und zwar ist es derjenige, der die höchste Karte auf der Hand hat, nämlich die Rakete mit der Nummer 4. Der sagt dann Bescheid. Hallo, ich habe die Rakete Nummer 4. In dem Fall wäre das jetzt zum Beispiel der Neil. Der bekommt dann noch den Kommandantenmarker. Und dann kann es auch schon losgehen. An der Stelle kommt jetzt das Logbuch ins Spiel. Da finden wir dann quasi je nachdem, welche Mission wir spielen, nochmal spezielle Regeln. Und was das Ziel des Spiels ist. Kommen dann meistens auch diese Auftragskarten ins Spiel. Da sehen wir dann also, wer von den Spielern was lösen muss, damit die Mission gelingt. Das legen wir ganz kurz nochmal zur Seite, weil ich möchte mal für alle, die mit Stich spielen noch nicht so firm sind, ganz kurz erklären, wie diese Stichregeln funktionieren. Es ist immer so, dass derjenige, der den Kommandantenmarker hat, der beginnt. Also in dem Fall Neil spielt die erste Karte. Und jetzt muss jeder eine Karte zugeben. Grün ist gespielt. Dann spielt Bass eine grüne 8. Und Michael spielt eine grüne 1. Also man muss Farbe bedienen, wenn man die Farbe auf der Hand hat. In dem Fall hatten alle grünen, haben bedient. Und jetzt schauen wir quasi, wer hat die höchste Karte. In dem Fall hat Bass die grüne 8 gespielt. Also gehört der Stich Bass. Und dann kommt Bass als nächstes raus und spielt die nächste Karte an. In dem Fall rosa 5. Dann kommt Michael, der sticht mit der rosa 8. Und Neil hat jetzt sozusagen die Situation, Neil hat keine rosa Karten auf der Hand. Der ist rosa frei. Das kann er entweder mit einer Rakete da drüber stechen. Oder er wirft halt einfach irgendeine andere Karte ab. Das macht er in dem Fall auch hier die blaue 9. Und obwohl die 9 jetzt die höchste Karte ist, geht der Stich aber trotzdem an Michael. Denn der hat hier die rosa 8 gespielt. Und nachdem rosa angespielt worden ist, zählen nur die rosa Karten, wenn es darum geht, wer den Stich gewinnt. Also geht hier an Michael. Michael spielt die nächste Karte. Der spielt eine gelbe 4. Dann kommt der Neil. Der spielt eine gelbe 2. Und jetzt ist Bass in der gleichen Situation. Der ist gelb frei. Der hat keine gelben Karten auf der Hand. Könnte also jetzt auch wieder irgendeine Karte abwerfen. Macht er aber nicht. Nicht, sondern der trumpft da jetzt drüber mit einer Rakete. Und Rakete ist immer Trumpf. Das heißt, Rakete sticht alles. Darf aber eben nur gespielt werden, wenn man in der angespielten Farbe frei ist. Wenn es mehrere Raketen da liegen würden, dann zählt natürlich die höchste Rakete. Also die 4er-Rakete ist die höchste Karte im Spiel. Dann kommt Bass als nächstes raus. Der hat jetzt also eine blaue 6 gespielt. Dann kommt Michael. Der sticht da drüber. Und Neil hat jetzt die Situation. Der hat jetzt eine blaue 4 und eine blaue 8 unter anderem auf der Hand. Also er könnte jetzt entweder die blaue 8 spielen und irgendwas Heroisches sagen, wie nur ein kleiner Stich für mich, aber ein großer Stich für die Menschheit. Er kann aber auch die blaue 4 hinzugeben. Und dann gehört der Stich nicht ihm, sondern Michael. Das macht er jetzt in dem Fall auch. Denn es herrscht zwar Bedienzwang, aber es herrscht kein Stichzwang. Also man muss den Stich nicht gewinnen unbedingt. So, das macht man also quasi Reihe um und so werden die Stiche verteilt. Und natürlich wollen die Astronauten jetzt gewährleisten, dass jeder Astronaut ganz bestimmte Stiche macht. Also muss man versuchen, irgendwie miteinander zu kommunizieren. Aber im Weltraum kann man jetzt nicht einfach offen kommunizieren. Also Neil kann nicht sagen, übrigens, ich habe jetzt keine gelben Karten mehr auf der Hand. Oder Bass sagt irgendwie, ich habe irgendwie nur noch drei blaue Karten auf der Hand. Das darf man natürlich nicht machen. Man darf auch seine Karten nicht herzeigen. Aber natürlich durch die Art und Weise, wie gespielt wird, gibt man schon Kommunikation bekannt. Also man gibt bestimmte Informationen preis. Aber man kann auch mit diesen Kommunikationsplättchen, mit diesen Funkplättchen auch noch kommunizieren. Und zwar funktioniert das Folgende. Man kann einmal pro Runde, also einmal pro Mission, darf man so ein Funkplättchen hier auf eine Karte von sich legen, die man also vor sich in den Spielbereich legt. Das heißt, man hat erstmal schon mal die Information bereitgegeben. Ich bin Neil und ich habe eine blaue 8 auf der Hand. Also das ist immer noch eine Handkarte. Die zählt also immer noch zur Hand dazu, ist aber jetzt öffentlich einsehbar. Und je nachdem, wo das Funkplättchen liegt, hat man nochmal mehr Informationspreis gegeben. Legt man das in die Mitte, dann bedeutet das, Leute, das ist die einzige blaue Karte, die ich besitze. Legt man das nach oben, bedeutet das, Jungs, passt mal auf, die grüne 6 ist die höchste grüne Karte, die ich auf der Hand habe. Also offensichtlich hat er noch mehrere grüne Karten, aber die 6 ist die höchste. Und legt man es unten hin, heißt es, das hier ist die niedrigste gelbe Karte, die ich besitze. Also Michael hat offensichtlich noch mehrere gelbe Karten, aber die 5 ist die niedrigste. Und das bleibt dann so lange liegen, bis man diese Karte spielt. Es kann also auch passieren, dass man, wenn gelb angespielt ist und er hat keine anderen gelben Karten mehr, dann muss er vielleicht auch diese Karte spielen. Und diese Plättchen bleiben hier auch liegen. Also wenn Buzz irgendwann noch mehrere grüne Karten abspielt und irgendwann wäre das nicht mehr die höchste Karte, sondern das wäre sogar die einzige Karte, dann darf er trotzdem nicht seinen Marker da runterschieben, sondern es bleibt da. Dann müssen die anderen einfach mit aufpassen und gucken, was eben das im Spielverlauf bedeutet. So funktioniert also das mit den Stichen und mit der Kommunikation innerhalb der Astronauten-Crew. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das mit den Aufträgen eigentlich genau funktioniert. So, ich habe hier nochmal neu aufgebaut. Jetzt haben wir wieder das Logbuch. Wir springen jetzt einfach mal in Mission 4 gleich rein. Das ist ein bisschen anschaulicher zu erklären. Und da erkennen wir jetzt hier noch ein bisschen Flavortext. Es kommen insgesamt drei Auftragskarten ins Spiel. Das machen wir also. Das heißt, wir legen die obersten drei Auftragskarten aus. Und jetzt darf jeder dieser Astronauten, angefangen mit dem Kommandanten, darf sich jetzt einen dieser Aufträge nehmen. Und dann nehmen wir, der Neil nimmt sich jetzt zum Beispiel mal hier die grüne 2, den Auftrag. Und der Bass nimmt dann gleich hier die rosa 9. Und der Michael nimmt sich jetzt den Auftrag mit der gelben 8. Und die Mission ist jetzt, jeder dieser drei Astronauten muss seinen Auftrag lösen. Und das heißt, Neil muss jetzt den Stich machen, in dem die grüne 2 drin ist. Er muss die grüne 2 nicht selber haben. Die können auch von jemand anderem gespielt werden. Aber er muss diesen Stich machen. Und genauso muss quasi Bass den Stich machen mit der rosa 9. Und Michael den mit der gelben 8. Also spielt jetzt zum Beispiel der Neil als erstes, weil er Kommandant ist, die erste Karte aus. Der spielt gleich mal rosa an, weil er sich denkt, naja, der Bass hat ja sich absichtlich diesen Auftrag genommen. Der wird die rosa 9 schon auf der Hand haben. Und Bass denkt sich, jawohl, genau so ist es. Steche ich gleich weg. Michael gibt ein kleines rosa mit dazu. Damit hat jetzt Bass den Stich gemacht. Der hat die höchste Karte gespielt und hat damit jetzt seinen Auftrag schon erledigt. Kann also quasi hier das zur Seite legen. Auftrag auch fertig machen. Und da haben wir schon mal einen Teil gelöst. Jetzt denkt sich Bass, ja super, da drüben hat sich der Michael die gelbe 8 genommen. Wahrscheinlich hat er die auch. Ich spiele das mal an. Und dann kommt Michael raus. Und der gibt die gelbe 8 dazu. Ja wunderbar, aber dummerweise hat Neil als einzige gelbe Karte die gelbe 9 auf der Hand. Jetzt macht Neil den Stich und Michael kann diesen Auftrag nicht ausführen. Die Mission ist also gescheitert. Und daher ist es also auch so wichtig, dass in dem Fall der Neil am besten relativ früh schon diese Karte rausgelegt hätte und gesagt hätte, passt mal auf, das hier ist meine einzige gelbe Karte. Das heißt, wenn ihr gelbe anspielt, dann muss ich die Karte spielen, also muss ich da drüber trumpfen. Also Vorsicht hier. Und genau so hat man also die Möglichkeiten jetzt eben durch sein Spielverhalten und durch diese Kommunikationsmöglichkeiten den anderen so ein bisschen mitzuteilen, was man auf der Hand hat und was man denn gerne möchte, was angespielt wird. Und man versucht eben diese Aufträge jetzt da zu lösen. Und diese Aufträge, die gibt es in verschiedensten Flavoren und Varianten. In der allerersten Runde gibt es nur eine einzige Karte und der Kommandant, der bekommt diesen einen Auftrag. Später dann schaut es ein bisschen komplexer aus. Da gibt es dann zum Beispiel auch diese Auftragsplättchen. Da wird dann zum Beispiel das hier noch mit dazugelegt. Und dann graftet quasi wieder jeder einen Auftrag. Und jetzt ist nicht nur wichtig, dass der Michael den Stich mit der grünen 1 macht, ist auch wichtig, dass das der letzte von den Stichen ist. Also die ersten beiden müssen vor ihm sein. Er ist nämlich auf Platz 3. Das heißt, Neil muss als allererstes diesen Auftrag lösen. Und erst wenn das passiert, dann darf Buzz den Auftrag lösen und dann darf Michael diesen Auftrag lösen. Das heißt nicht, dass das der erste Stich sein muss. Das kann auch der dritte oder vierte sein. Aber er muss den ersten Auftrag gelöst haben. Das heißt, es darf nicht ein Stich mit der gelben 9 fallen, bevor er diesen Auftrag gelöst hat. Und so sind diese ganzen Missionen hier also in dem Logbuch immer schwieriger und schwieriger. Also man kann es da richtig schön hocharbeiten. Es ist empfohlen, dass man die der Reihe nach spielt. Muss man aber nicht. Also man könnte theoretisch einfach auch mit dem Finger einfach irgendwo reinziehen, wir spielen jetzt diese Mission. Aber dadurch, dass die halt aufeinander aufbauen vom Schwierigkeitsgrad und auch mit den Konzepten, die so an Zusatzregeln dazukommen, würde man im Idealfall die der Reihe nach spielen und zwar an mehreren Abenden. Zwei Dinge, die ich jetzt noch nicht erklärt habe. Zum einen, was hat es denn hier mit diesen Erinnerungskarten auf sich? Da ist ja gar nichts drauf. Die kann man einfach den Spielern noch in die Hand geben, wenn sie eine Karte zur Kommunikation ausgelegt haben, damit sie nicht vergessen, dass das eigentlich eine Handkarte ist, die da liegt. Das könnte man mich sonst leicht übersehen. Und da drüben haben wir noch dieses Notsignalplättchen. Damit hat es folgendes auf sich. Das kann man in jeder Mission verwenden. Dann legt man es quasi mit dieser Seite hier in die Tischmitte. Und das macht das Spiel ein bisschen leichter, denn wenn alle ihre Startkarten bekommen haben und alle ihre Aufträge zu sich genommen haben, dann darf jetzt jeder Spieler eine Handkarte auswählen und an seinen Nachbarn weitergeben. Das Ganze geht entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn. Da können sich die Crewmitglieder darauf einigen. Und dadurch wird das Ganze ein bisschen einfacher. Man kann vielleicht ganz ungeliebte Karten an jemanden weitergeben. Oder zum Beispiel eine Karte, von der man weiß, die braucht mein Nachbar ganz dringend. Das macht es einfacher, für ihn seinen Auftrag zu lösen. Kann man dann da weitergeben. Damit wisst ihr jetzt alles, was ihr braucht, um mit die Crew loslegen zu können. Das Spiel kommt auch noch mit einer speziellen Zwei-Personen-Variante. Die lasse ich euch dann selber entdecken. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei euren 50 Missionen und eurer Reise zum 9. Planeten.